Wenn so lange nichts passiert, eine ziemlich fette Produktion, die euch jetzt am besten einfach mal ganz kurz anhört. Aufgenommen 2012. Der Unfall? Wo war der noch? Irgendso ein Ostblockstaat. Und wenn's in Murmansk oder Wladivostok war. Es ist die letzten zwei Dekaden in Vergessenheit geraten. Die Welle hat jetzt wieder ins Gedichtnis reingetragen. Es war einfach, es leid zu nähen, wenn so lange nichts passiert. Es sind Zeiten, um einzusehen, wer zu lange wartet, verliert. Ja, wenn so lange nichts passiert, ein Song, der sich wieder mal einer ernsten Thematik widmet. Wir haben uns mal intensiv Gedanken gemacht zum Thema Atomenergie und das nicht alleine. Das ist eine mega Gruppenproduktion. Wir zwei natürlich. Unser Kumpel Freddy ist mit dabei. Daniel singt sehr cool den Refrain. Annika ist auch zu hören mit ein paar Vocals. Also insgesamt eine Gruppenproduktion. Und ich glaube, das ist echt so der Track, bei dem wir so vom Text, von den Reimschemata, uns echt fast mit am meisten Müll gegeben haben, wo ich auf jeden Fall auch ein paar Reime echt stolz bin, mit denen ich sehr zufrieden bin, mit denen wir auch sehr zufrieden sein können. Ja, ernstes Thema, aber auf knapp sieben Minuten glaube ich ganz gut. Danke. 2011 kamen dann zwei Seiten und das geht hier unten weiter.